So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Crisis. Ja, letztes Mal sind wir in dieses Lager gekommen und wir können uns für Gegner gar nicht retten. Aber gut. Der Gegritte ist mir egal, ich haue das ganze Magazin drauf und der verreckt nicht. Was zum... Tschüss. Alter, hier ist was los, sage ich euch. Okay, ganz viele Schrot für den Action. Merk schon. Meine Phrasing. So, jetzt nehmen wir mal das Tarnfeld und dann... Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Hä? Wo sind die Kollegen? Tarnfeld aktiviert. Ihr seid doch hier, ich weiß es doch. Ja, das sind sie. Ich spreche mal davor. Energie kritisch. Hi. Na? Was geht? Oh. Das war schon mal gut. Taa. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder mal auf Entfernung gehen müssen. Sind sie denn jetzt? Ach, davon hat ganz viele Typen gesehen. Ich finde es halt immer zu voll, ne? Das finde ich gut eigentlich. Scheiße, er ist wieder geschützt. Also hier ist was los. Oh wow. Hi. Stuhlfitt, ich mag das. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Wo ist er? So. Hätten wir den Kollegen? Davon auch mehr, weil es gerodet leuchtet. Und tschüss. So. Okay. Es läuft langsam. Feigling, sagt er zu der Oma. Was? Oh. Was haben wir denn hier alles? Alter. Wow, Munitionslager. Wow. Ja, und eine Wasserflasche. Natürlich. Oh. Gibt es ganz viele Raketenwerfer. He he. Wobei, das heißt irgendwas, oder? Kommt jetzt gleich hier. Dingens. Na? Hubschrauber. Könnt ihr mir schon was vorstellen. Oh, eine Toilette. Wie soll das Gebäude sichern? Das sagt er. Ja? Hi. Wir haben kein Recht um hier feststellen. Ihr Projekt untersteht jetzt der Koreanisten Volkarmee, General Kyush. Ich gebe Ihnen Deckung, Boss. Oh. lady unser boot das ist die nöber ich habe länglich vor einer woche informiert als niemand kam wollten wir zum hafen aber irgend irgendwas will nicht dass wir hier sind irgendetwas da draußen tötet menschen wo ist der rest ihres teams wird ausgeh ist tot die anderen sind noch an der ausgrabungsstätte östlich vom helipad über den wasserfällen helfen sie ihnen sie haben keine ahnung was sie gefunden haben können sie uns hinbringen schätzchen aber ich gehe nicht zurück ich bin froh dass ich noch am leben bin hören sie wir haben rosendahl überwacht er hat im dschungel eine statue freigelegt das ist keine statue sie hat begonnen ein signal zu senden es hat uns zu einem komplexen berg geführt rosendahl hält ihn für den beweis einer untergegangenen zivilisation wir sind nicht so sicher ich glaube wir haben es aufgeweckt sie haben vermutlich nicht viel zeit holen sie rosendahls team da raus und sichern sie diese insel egal was für ein ding das ist die koreaner dürfen es nicht bekommen kümmer du dich um die panzer nomad ich bringe mataharian einen sicheren exfiltrationspunkt ich hab's gewusst ich hab's gewusst wo ist mein wo ist mein raketenwerfer oder auch nicht oder auch nicht na wie schmeckt das schrot schmeckt es dahin geht auch die halten aus ich sollte man nicht aus dem aus auf den torbus ziel da sollte einfach auf den kopf zielen weil sie haben bestimmt schussig ihre westen an und dann macht das kein schaden kann ich mir vorstellen so panzer ja panzer na gut ich mache mal safe wo ist der panzer so werde ich dir mal effizient einen panzer so wo ist der nächste tun wir gleich mal noch so wo waren die warte da da gibt mir mal eure position vielen dank ich möchte eine panzer faust vielen dank mit dieser panzer faust ist bescheid hätte ich jetzt panzer fäusten hier dahinten ist nix ist ja überhaupt irgendwo panzer oder wurde ich nur verarscht war das schon alles war doch nicht alles oder wenn du ehrlich war schon alles das war jetzt alles ein einziger panzer lehm na gut dann gehe ich noch mal da rein weil da drin gab es viele munition wollte ich sagen stocken wir uns noch ein bisschen auf was haben wir denn hier so schwupp 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 ist voll ja hier explodiert alles ist klar ich wusste es war noch nicht alles wo ist er ich wusste doch das war noch nicht alles ein einziger panzer von wegen so wo ist er aha da ist er es ist ganz schlecht das hat nicht gereicht wie jetzt so ich würde mal sagen ne frisst die granaten das war die ich hab doch eigentlich gewechselt dachte ich ich bin nicht mehr granate ich dachte eigentlich gut ich kann das anscheinend nicht das war nicht die schlause idee warum hat er jetzt vorhin drei schüsse ausgereicht und jetzt auf einmal nicht mehr ich frage es am besten gar nicht hat keinen zweck ich hole mir einfach mal noch eine panzerfaust und dann lösen wir das problem ganz zivilisiert so gib her dankeschön und jetzt ne friends wo ist er wo ist er und feuer was wumms wumms habe ich da eigentlich beim ersten mal durch den panzer durchgeschossen like really so da ist doch ein raketenwerfer nehme ich natürlich mit weil er sehr klar ist ne äh ich möchte munition ach so die munition ist voll die granaten nehme ich mit rot finde es auch voll das ist schön legt ne menge munition rum muss ich sagen aber gut so mein raketenwerfer ist voll die pistole ist glaube ich auch voll soweit kann ich die fäuste auch modifizieren das wäre interessant gewesen das hier ist auch voll das ist auch voll ja ist ja schön schöne sache da wo muss ich jetzt eigentlich hin moment treffpunkt warte noch bis ich in so ein dings reinlaufen so eine mine flashbang die telefonzelle das sieht mir ein bisschen wie mine fällt aus naja egal so ist man aber schnell unterwegs ja wir rennen halt einfach mal voraus ne geht ja auch nur so lange dass man keine maximale panzer um er hat ordentlich ich denke immer da ist irgendwas aber das bin ich selber maximale kreuzwege kreuzwege so was haben wir denn hier bitte felsformation aber wie soll ich denn da hochkommen da hinten ich mag das für das toll wo muss ich denn jetzt hin muss ich da hinten da maximal ist einfach mal ja bin ich in gefahr bin ich in gefahr habe ich gar nicht gehört ich weiß es nicht ich bin unterwegs ok dann ich jetzt hier einfach hoch springen eigentlich und sprung und sprung oh schade ernsthaft ich komme jetzt nicht hoch das ist frech das ist frech schade ich komme jetzt nicht hoch ist doch nicht euer ernst na gut dann gehen wir alle außen rum maximale problem wo laufe ich hier lang und warum tue ich das weiß es nicht ja es war gut energie kritisch der beste jump run bofi der welt ja dann soll sie doch mal kommen ich bin bis an die zähne bewaffnet ihr könnt nichts kommenter hin war ein gegner mir egal maximale maximale pause seien sie vorsichtig ja 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 mache ich schon oh 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 das war scheiße habe ich das jetzt gemacht energie kritisch wollte eigentlich die drücken ja genau das wollte ich auch machen hi friend ja das kann ich auch booms booms was hab den voll ins gesicht geschossen was ähm ähm bääh du ne hör auf 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 alter was der frisst 3 kotfiltsschüsse wooooooow Alter, war ich jetzt kurz vorm Tod Ei, 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 ei So, weiter geht's Und hi 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 Fischflossen-Suppe Nein, 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 nein Oh, fuck Du häng im Bau fest Alter Alter, Franz Franz, bleib doch mal ruhig Hallo Na? Was geht? Bei dir Oh Gott Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Hör mal auf Danke Warum mal ein bisschen mehr Schussrade Wow Hör auf mit deiner Schrotflinde Hör auf mit deiner Schrotflinde Hey Hi 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 Alter, wie viele sind das überhaupt schon wieder, ne? Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ohioioioioioioioi Eieieiei Alter, was ist denn da oben los? ich möchte mal die granate wechseln denn ganz ehrlich das sind wir ein bisschen viel da oben auch granate überhaupt wieso habe ich darauf granate ich wollte flash bang so das war der spenken alter hier ist was los wieso habe ich auch granaten ganz ehrlich was hat mich jetzt da oben abgeschossen du und ganz oben dieser hund ja was auf mit einem shit aktiviert so ihr penner alter was ist hier los witz geil ja ja was kommt ihr alle her das ist mein tod das ist mein tod das ist mein tod nein ich lebe doch ich lebe doch ich lebe ich lebe das war safe ich will das alles nicht doch mal machen was zum gegner das ist unfasslich was ist hier los sag einmal mit deiner munition du auch wort da fucking hell ich höre dich alter da war so bisschen was los gerade alter was heiei eiei czyli hoh das wollte ich haben wow ey ja heftigst wie viel gegner machen das jetzt schon wieder 20 30 Hallo Leute, ich würde sagen, ich beende erst mal dieser Stelle den heutigen Part Der ist schon wieder viel zu lang, aber naja, ist ja auch ein Wochenendprojekt, ne Da kann man das schon mal verkraften Also ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder Also dann, bis dann, ciao Leute